Der Widerstand geht weiter. Wir haben in der Region Braunschweiger Land, Asse, Morsleben und Schachkonrad drei Endlagerprojekte. Zwei davon, Asse und Morsleben, sind in einem absolut maroden Zustand. Und wenn man in beide, also Asse war geplant als Versuchsendlager und man kann nichts anderes sagen, als dass dieser Versuch ladenlos gescheitert ist. Und wenn man ein Forschungsbergwerk hat und dann merkt, dass es nicht geht, dass man Atommüll einfach irgendwo reinschüttet, glaubt, den vergraben muss, vergessen zu können, dann erwarten wir als das Mindeste, dass die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Politiker und Politikerinnen endlich einsehen, dass dieses Konzept, wir entledigen uns des Atommülls, indem wir den in irgendeine Grube kippen, nicht funktioniert. Das heißt, auch die beiden künftig geplanten Endlagerstandorte Schachkonrad und Gorleben gehen so nicht. Wir müssen zurück auf Punkt Null. Es ist ein Wahnsinn, dass noch bis 2022 weiter Atommüll produziert werden soll, obwohl völlig klar ist, die wissen jetzt schon nicht, was sie mit diesem Atommüll tun sollen. Die wird für Hunderttausende von Jahren strahlen. Bei uns in der Region geht der Widerstand natürlich weiter, in Gorleben geht der Widerstand weiter. Und wir werden dafür kämpfen, so schnell wie möglich. Das heißt, möglich ist es natürlich sofort. Ich meine jetzt im Gegensatz zu dem, was die da drinnen, da wird wir da drinnen heute veranstalten, in einem fast breiten Konsens. Es geht sofort aus der Atommüllproduktion auszusteigen. Wir müssen das auch tun. Wir bürgen den Nachwarn in Generationen Probleme auf, die nicht gelöst werden können. Und deswegen Atomausstieg sofort. Ich habe die Widerstand schon seit 30 Jahren gemacht. Ich bin dafür, dass der Atomausstieg in Deutschland, also heute, bei Bundestag gelungen ist. Ich bin dafür, dass der Atomausstieg in Deutschland ist. Wir wissen schon seit langem, dass die Menschheit und Nuklea gar nicht zusammenleben können. Also das hat schon lange her gezeigt von Hiroshima und Fukushima und Ternobyl. Ich bin dafür, dass der Atomausstieg sofort gelungen wird. Wir haben in Richtung 21 Arzomkraftwerke äußern. Wir laufen gerade und wir sind dafür, dass die Atomkraftwerke alle aufstehen und abgeschaltet werden. Also, wir möchten Sie auch ausfordern, dass Sie auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südkofen, dass wir die Atomkraftwerke ausgeschaltet werden. Magi Maguro! Magi Maguro! Bokil Hanggung und Doga! Hankoge Hanggung und Doga! Heppatonsorab Heki Netkaji Hamke Yandese Sauschba! Ja, bis zum Ausstieg werden wir zusammen kämpfen. Abschalten! 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 Untertitelung des ZDF, 2020